Alles Gute, das Allerbeste zum Hundertsten. Was für ein Datum, was für eine großartige Geschichte für Graz. Ich hole aus meiner Schatzkiste den Grazer Bürgermeister und wünsche LKK, dass sie demnächst als Bürgermeisterin die Geschichte der ganzen Stadt in die Hand nimmt, weil das für alle sehr gut wäre. Alles Gute!